Thomas Kempe ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Bevor Kempe 1979 Profi wurde, spielte er beim TV Würde. Kempe wurde durch Vermittlung seines Jugendtrainers zu einem Probetraining beim MSV Duisburg eingeladen und verpflichtet. Er absolvierte 391 Bundesligaspielen für den MSV Duisburg, VfB Stuttgart und VfL Bochum und erzielte 42 Tore. Mit dem VfB Stuttgart wurde er 1984 deutscher Meister. Das Pokal-Endspiel 1988 mit dem VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt ging mit 0 zu 1 verloren. Beim VfL Bochum trug er den liebevollen Spitznamen Bruder Leichtfuß, da er sowohl grandiose Spielzüge beherrschte, als auch leichtfertige Ballverluste zu verantworten hatte. Nach einem Kreuzbandriss musste er 1994 seine Karriere beenden. Trotz seiner guten Leistungen und mehreren Nominierungen hat er nie für die A-Nationalmannschaft gespielt. Jedoch bestritt er elf Länderspiele für die U21-Fußball-Nationalmannschaft, in denen er ein Tor erzielte. Sein Debüt gab er am 10. Oktober 1979 in Thorn bei der 0 zu 1 Niederlage gegen die Auswahl Polenz. Sechs Tage später debütierte er in Koblenz auch für die B-Nationalmannschaft beim 9 zu 0 Sieg gegen die A-Auswahl Luxemburgs. Darüber hinaus absolvierte er am 25. März 1987 in Telefon Aviv beim 2 zu 1 Sieg gegen die B-Auswahl Israels ein Länderspiel für die Olympia-Auswahlmannschaft. Das DFB. Nach der Karriere. Nach seiner aktiven Laufbahn wurde Thomas Kempe im Alter von 34 Jahren Trainer. Er betreute den Dinslaatner Bezirksligisten VfB Lohberg. Im Juni 2006 übernahm er den Erstligisten FC Tauro in Panammerstadt, kehrte aber bereits nach drei Monaten wieder nach Deutschland zurück. Heute arbeitet er als Scout für eine österreichische Firma, die Talente aus Panammer nach Europa vermitteln will. Außerdem ist er Berater seiner Söhne. Kempes Sohn Dennis spielt derzeit für den Zweitligisten Karlsruher SC und gehörte zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft bei der U19-Europameisterschaft 2005 in Nordirland. Sein zweiter Sohn Tobias spielt für den Bundesligisten SV Darmstadt 98 und nahm an der Junioren-Weltmeisterschaft 2009 teil.